hallo meine lieben ich habe heute ein haul für euch und zwar den kreativ bunt haul vom monat juli ich hatte ich glaube zwei bestellungen die eine war ungeplant denn es gab kurzfristig einen tag lang 20 prozent auf alles also so eine rabattaktion da musste ich natürlich dann ein wenig zuschlagen und noch ein paar sets die ich auf der liste hatte unbedingt bestellen die ich mir sonst eher nicht gegönnt hätte und zwar sind das drei sets von my favorite things geworden zum einen das das hatte ich jetzt schon länger im blick und irgendwie habe ich dann doch nie bestellt jetzt dachte ich mit den 20 prozent muss es sein das sind die birthday chicks das ist ein birdie brown set ja ich finde die irgendwie einfach total putzig die tierchen die kosten regulär 16,95 und es gab an dem tag halt 20 prozent da hat das dann auf jeden fall gelohnt und weshalb ich auf jeden fall bestellen wollte sind diese großen sets denn die sind immer recht teuer das ist jetzt hier das daisy yakula set da oben steht travel plans ja die sind einfach niedlich ich mag ihren stil und das set wollte ich eigentlich gerne noch haben aber da so teuer ist es bisher nicht mitgekommen sind die nicht putzig die tierchen die reisen man kann sie natürlich auch so benutzen jetzt nicht unbedingt nur zum reisen aber ich finde sie einfach süß das hätte regulär 25,95 gekostet ja 26 euro für so ein stempel set ist schon ein stolzer preis hier hat er das noch mal von daher habe ich gesagt mit 20 prozent müssen die auf jeden fall sein 20 prozent gibt es nicht häufig da habe ich zugeschlagen und das war noch auf der liste hacks make everything better auch stacy yakula ja das sind die tierchen die sich umarmen die sind einfach auch total goldig ja fand ich total niedlich hat man auch so ein bisschen extras dabei ein paar zweige der baumschirm ist auch süß hier so ein bisschen wiese kann man was schönes mit gestalten die mussten auf jeden fall sein die hätten sogar 26 95 gekostet regulär mit 20 prozent war das jetzt in ordnung und musste sein so mehr hat ich da gar nicht bestellt moment dann die erste bestellung die war gleich am 2.7 da kam das neue cc design release raus ich weiß gar nicht was ein bisschen blöd weil die stimpels jetzt größer sind als die pappe dahinter und ich musste hier diese süßen gnome einfach haben das sind so süße fratze ja der hat ein kleines vögelchen da und sie mit dem blatt oben hier ist eine kleine maus im korb also sind so süße details die hat eine puste blume hier oben sitzt auch noch ein vögelchen drauf ja und bei ihm sitzt oben eine kleine schnecke ja die sind einfach die gnome friends total putzig die mussten sein 1995 ja es ist halt auch ein längeres set von daher sind die etwas teurer aber an dem set kam ich nicht vorbei das musste auf jeden fall einziehen dann endlich habe ich mir auch dieses bestellt das ist stacy jakula spa day von my favorite things ja ja so gerade wenn jetzt die kältere zeit kommt man verschenkt mal gerne irgendwie weiß ich nicht einen badezusatz oder so und dann eine schöne verpackung gewerkelt und den in der badewanne drauf oder den in seinem bademantel mit tourbahn auf dem kopf finde ich ja drollig die ohrchen gucken sogar raus sehr witzig ja ich fand das einfach total niedlich und musste auch einziehen für 17,95 kann man gucken vom set her ja sind die ungefähr gleich groß da ist ja das sogar noch teurer obwohl jetzt seit dem letzten release auch my favorite things angezogen hat und die setze nicht mehr 17,95 sondern 19,95 kosten schade schade gerade die marke die ich so gerne mag aber was soll's dann ein my favorite things stencil musste einziehen der nennt sich jetzt wavy lines den fand ich auch sehr schön für so unter wasserszenen zum beispiel kostet 6,95 und endlich endlich habe ich den bekommen der war lange zeit ausverkauft weil er schnell weg war bei vera also bei kreativ bunt das sind diese zwei stencils von lawn form plate stencils nennen die sich die kann man so in verschiedenen farben übereinander legen und hat dann so ein kariertes muster wo es auch viele papiere von lawn form gibt einfach cooles set 12,95 nicht ganz günstig aber man kann es so vielseitig anwenden oder auch natürlich einzeln also man muss sie nicht in kombination benutzen wollte ich unbedingt haben und als ich bei many's bestellt hatte hatte ich es vergessen und beim nächsten mal waren sie dann da auch nicht lieferbar also musste das jetzt sein und was nicht fehlen durfte für die sammlung die finde ich einfach klasse die hefte ist das juli magazin nummer zehn bereits wahnsinn ich weiß noch wie es anfing mit dem magazin ganz tolle sachen drin ich habe schon durchgeblättert und das meiste gelesen hier so eine pop-up karte super klasse was zu digistems embossingpulvern und das große thema sind die lawn vorn standen einige dieser special effect karten sage ich mal hier mit so einem bildwechsel und so weiter mit anleitungen und beispielen also super klasse magazin kann ich jedem nur empfehlen kostet 6,95 ja mehr ist es gar nicht geworden aber war genug ich halte mich ja zurück da ich sonst nicht hinterher komme die sachen auch zu benutzen und man kann nicht immer nur kaufen 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 aber es sind wieder schöne schätze eingezogen diesen monat also ihr lieben dann bis zum nächsten video tschüss bis zum nächsten video tschüss